Hallo, mein Name ist Gökay Akbulut. Ich bin Bundestagsabgeordnete und migrationspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Wir möchten uns über die Feminisierung und die Migrantisierung von Streiks auseinandersetzen. Etwa 20 Prozent der weiblichen Bevölkerung in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Für mich ist wichtig, gerade aus aus linker Perspektive, gerade bei dieser ganzen Konkurrenzdebatte, die ja oftmals geführt wird, dass Migrantinnen als als Konkurrenten angesehen werden. Ich glaube, das ist etwas, worauf wir uns nicht einlassen dürfen und wo wir gerade gemeinsam dagegen stehen müssen.